Oh tschö! Da hat den G7 That's mine! Er kommt hoch! 34 auf blau! Oh mein! Der ist abzu-cracked! Idiot! Nice one! Oh er ist direkt geliebt! Oh! Loba! Wohin? Ich weiß nicht wohin mit mir! Wo bist du? Hier aufs Dach! Er ist hier auch, ich seh sie! Oh! Oh! Noch jemand! Unten glaube ich, im Gebäude! Hinter mir! Geh rein! Ist clean! One shot! Oh! Oh die kommen uns hinterher! In die Battery! Ok! Kämpfen! Ja! Und ist drauf ne! 47! Oh nein! Hau ab! Pumped! Fick ihn! Nice! Haha! Halt auf close range mit der T-7, ey! Oh man! Oh nein! Ich muss den Phoenix leben! Ich auch! Tür blockieren! Die machen ne Granate! Toll! Einer down! Wo ist der andere? Ich weiß es nicht! Ich muss mich schnell heilen! Digga! Scheiße! Die Raid hat mich! Muss sie! Sie ist hier! Heilt sich! Nice! Niemand hält sich! Mach dich! Mach dich! Mach dich nicht aufheben! We need firepower now! Und was geht wieder? Ending spiel! Shop's open for business! Fend ihr den Shop! Jo! Die hat übrigens die wieder schick gehabt, ne? Halt dich da drüben, kommt was! Ja, ja! Das kommt was! Ich zieh mir mit, geht rein! Von wo kommt was? Vom Markt! Mark! Mark! Okay! Oh! Held ihr immer irgendwo? Äh! In der anderen! In der in der Ecke! Und nicht der Helm! Komm! Einer ist oben auf dem Dach! Der, der kommt ist alleine! Nein! Ah! Der ist so low! Geil! Ok! Oh Gott! Die Brenne! Crack ihn! Äh! Lock ihn! Wuhuu! Was geht? Alter, was ist denn hier los? Steps! Ich hab den Enemies! Steps! Bei mir! Oben drauf? Ja! Wappel! Kicker 44! 22! 22! Und es ist nicht cracked! Ich hab noch ein bisschen heavy! Ich hab 20 zum Nachladen! Perfekt! Der ist schlecht! Der ist 1! Ab hier! An mir kommt die nächste! Da sind die schlecht! Da sind die schlecht, Alter! Good job! 420! Es sind noch 16 jetzt drin! Warte, ich bringe mal! Knockdown! Body shield hier! Level 3! Ich hab einen Hup hier! Selekt Feuer! Ich verstehe nicht! Vielleicht hab ich mich verguckt! Aber ich war der Meinung! 2x44! 2x22! Und es ist nicht cracked! Bei 100! 60! Heavy ammo hier! Achso, stimmt! Das wird ja addiert bei den Shots, ne? Direkt! Ja! Nix gesagt! Also, wenn du es eingeschallt hast, ja! Hätte ich noch ab! Nix geändert da drauf! Aber gerade hast du die richtig gut bekommen mit dem 1. Schuss, ne? Ja, die Dings hat gut kassiert, die Lover! Und der Pathfinder war sowieso komplett lost! Ja! Ne, das war kein Pathfinder, das war der Ruin! Ruin! Ja! Ja, den musste ich auch nur ganz kurz sein, mal treffen! Wie geht's dir da drüben so? Na? Auch mal da? Ähm, Maul! Kleiner Pfadfinder! Was runterkommt, dieses Game triggert mich in letzter Zeit so hart! Ja... Leider mit Grund, aber... Ja, es lässt sich ja nicht ändern! Ich werde von eigentlich nie so stören! Na doch, in letzter Zeit lässt ich mich schon davon stören, dass... Ja, es ist halt... Es wird ja von Season zu Season schlechter und nicht besser! Das könnte ich denn nützen! Hier ist noch Heavy! Heavy ammo hier! I could use that! Wo ist das Leitmack? Ehm... Dem? Oh... Let's go this way! Oh ne Frechheit, dass jemand anderes Champion ist als wir! Meine Waffe anengadiert! Flammen! Das ist animiert! Was von sich überhaupt? Waffe an Flammen! Hm? Ne Alternator! Ui... Ach, die habe ich auch! Mit Blau... Blau und Flammen! Blau und Flammen! Und nem riesen geilen Schaft vorne drauf! Ne... 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 Meine Waffe nicht! Mit den goldenen... Ui... Geh da hin! Mal sehen, was wir hier haben! Wie viele Batterien hast du? Äh... Gar keine! Warte... Ne... Das nächste Fein! Klipp gleich der Gierige wieder raus, sagst ja? Ne ... der Mitdenkende! Ich will nämlich umgekehrt, weil ich kein hadn't das! Heavy ammo hier! Aber jetzt habe ich auch viel heavy, ist gut! 120... Ich habe immer keinen Bock zusammenzurechnen! Außerdem klingt das so viel dramatischer! Also ich hab 200. Ah, aber ich hab auch nur ne Hemlock auf 1 erfolgt. Und ich hab Prada und Mester. Also das hat's meine Hauptfache. Warte, wenn ich schaue. Was ist das? Wow! Die sind wieder reingerannt. Dann kann ich ganz kurz schädigen. Ja. Nix getroffen, Digga. Ein Hit auf Blau. 17. Was ist denn das? Ist das die Bloodhound? Bangalore und Brave. Oh, die kommen nicht raus, glaub ich. Wollen wir ein bisschen näher ran? Ne, ich möchte nicht näher. Ich fühle mich ganz wohl so mit Hemlock auf einem Dreifachvisier. Wir stehen doch noch hinter der Tür. Ich bleibe hier an der Seite, glaub ich. Zwei Minuten bis der nächste Ring kommt. Könnt der lang werden. Tür geöffnet. Ich hab grad meine Waffe angekloppt. Check! Ich auch. Noch ein Squad. Ich hab auch. Von wo? Von oben. Ich seh ihn nicht. Die da haben eigentlich ganz kontrolliert. Ja, du auch. Ja. Ja. Moment, schild war weg. Ich hab ja kein Glück. Bist du reingekommen? Ja. 46. Purple. Partfinder. 69. Ne. SS. Da. Da oben. 23. 23. Keine Ahnung, ob er alleine ist. Ist die sein Maid nicht. 23. Digga! Wie viele? 23! Oh! Und oder? Rafe ist fast cracked. ich achte darauf dass ich nur noch knapp 40 schuss oder 50 schuss heavy ich gehe rein das ist dumme idee dumme idee ich bin ins wasser gefallen bruder ich kann nicht klettern meine schildzellen digga ich hab die heavy ammo gefängt ach die habe ich mitgenommen ja ich habe 35 insgesamt ja die sind close er ist tot oder nicht er ist tot ich glaube ich glaube den haben sie geholt die zone macht ärger was soll das das ist die zweite aber ich habe keine batterie muss noch mal rein ich habe batterie alles cool das schiff sieht mein leben aus gut letztes quad müssen wir ich kann rauf oder auch nicht kann ich rauf mein ring ist zu kurz den bratzlette ja zweimal in der anderen ich habe gerade die zipline benutzt ja ist noch ein heavy mac in lila school piercer noch einer habe ich beide in gold meine kombi ich glaube ich bleibe aber bei der messe kommst du mit mich ein bruder wer kommt weiter meine l1 nicht meine old dann gib mir den richtigen feldsversprung dann komme ich weiter du musst es ja auch so schaffen ich muss mich irgendwo dran grappeln kannst du auch am boden ich habe einen job gefunden ich werde jetzt sterben die wo möchte ich nicht anscheinend mehr ist es gut soll ich machen gleich ja der ist relativ offen ich glaube wir haben keinen angst gleich da 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 zum job oder was ja gold ach bruder du bist open field oder ich bin hier zweimal 17 auf gold mal die zone an die wird wahrscheinlich da enden oder darauf hin gold und lila oder ihr kassiert hits hast du grad mit der divo geschossen 13 17 sind hier hoch ja schaffst du oder craziness ist das crack 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 ratatatatau noch mal 13 alter die geht ab beide sind ja ich kann doch nicht aufs dach 10 sekund oder natürlich kann ich aufs dach scheiße ich hab die messe ich bitte schläft oha ein blatterhound schläft oder wer bist du denn der ist gewonnen soll ich von deiner seite ne warte warte ich muss schäden schläft nein nicht das mach die kleine die sind beide oh einer unter mir der ist links rum in der ecke bei mir schläft ja ich seh einen gefangen angefangen jetzt auch geendet ja ich hau ab tschüss genau in dem haus ciao ich lebe guck das war ne schicke runde ich hab zwei kill ne ich hab ein ein kill hab ich ernsthaft ja wahrscheinlich hast du aber viel schaden gemacht her aufgeteilt her aufgeteilt her aufgeteilt